Die Dimexco steht insgesamt dafür, eine neue Dimension zu erreichen und ich glaube, das kann man auch bei uns am Stand sagen, dass wir mit unserem Stand zum einen natürlich insgesamt mehr Fläche haben, also wir haben uns sehr, sehr stark vergrößert. Wir haben vor allem aber insgesamt jetzt die gesamte Microsoft-Story auf dem Stand, dass wir sehen hier vor Ort, wie die unterschiedlichen Microsoft-Welten wirklich zusammenfinden und das Ganze sieht man in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben einen Bereich geschaffen, die das gesamte Thema zu Hause darstellt. Wir haben eine zweite Area geschaffen, die komplett die Arbeitswelt abbildet und wir haben eine weitere Area geschaffen, die wir nennen on the go, das heißt also unterwegs sein und in der Form bieten wir für jede Konstellation, für jeden Konsumenten die dementsprechende Lösung. Ja, wir sind natürlich hier auch für eine Fachmesse und haben hier sehr viel Austausch mit Kunden, mit Werbung Treibenden, aber auch mit Agenturen und sehen in der Form, dass wir eine ganze Vielzahl von Gesprächen hier vor Ort führen, um Partnerschaften im Bereich der Werbelösungen zu vertiefen. Wir bieten auf der anderen Seite hier eine ganze Vielzahl einer Innovation. Das heißt, wir haben hier vor Ort unendlich viele neue Devices, die wir vorstellen und wir zeigen, wie diese verschiedenen Devices miteinander kommunizieren können. Wir sind sehr zufrieden. Die Messe ist insgesamt ein unglaublicher Publikumsmagnet und das spürt man natürlich auch am Stand. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Vielzahl an Terminen, sind komplett ausgebucht und freuen uns wirklich auf sehr, sehr viele gute Gespräche.